Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und die fränkischen Kultkabarettisten Heismann und Rassau Erleben Sie diese rauschende Ballnacht unter freiem Himmel Am 20. Juli im Stadtpark Fürth Karten für das Ballereignis 2013 Erhalten Sie an allen Vorverkaufsstellen Bei Frankenticket Fürth Und zum Zuhause ausdrucken unter komödie.de Ach, ja, was essen heute? Ach du, ich würde mal so ein Mandelkrokant-Schnitte probieren Nein, ich nehme heute Diabetiker-Schnitte Worum denn das? Wenn ich abnehmen möchte Ach, das nutzt doch ein Diabetiker-Stücklein nichts Nee, aber man muss anfangen Dann nehme ich gar nichts zum Kaffee Nein, nein, nein Nein, nein, mein Engerler, der Michael, der will 10 Kilo abnehmen Früh isst ja gar nichts Trinkt bloß Kaffee Aber dann, ab Nachmittag Werden die Bierle aufgemalt Und dann wird sich der Bauch am Grill draufgeschmissen Und dann wundert er sich, dass er die 10 Kilo nicht abnehmen will Ja, kein Wunder, das ist ja dein Engerler Der kommt ja ganz nach dir Also, hör doch mal, ich bin auch nicht so ein Diggerler Na, Diggerler bist du nicht, weil du immer so Hängekleider hast, die alles kaschieren Ja, das ist schön, ne? Nur eins hängt bei mir nicht Was? Na, mein Busen Ach, bloß weil es ein Wunderbrah drauf hat Kein Wunderbrah Nein, ein Wunderbrah Einfach nur ein Stütz, Stützhebewerk Den Stützstrumpf ein bisschen aufgezogen Und darum hat sie immer so Aufstehende Ja, das habe ich vor allem gesehen Das glaube ich auch, dass das die Anime macht Die Anime macht das auch so schön Das ist wichtig, dass man heutzutage auch noch im Alter Adret ausschaut Ja, Adret, aber das schaffst du nimmer Also bitte Dann möchte ich dir wieder neues Kleid machen lassen bei meiner Ude Ja? Ja, die macht wieder ein schönes Kleid Das sehe ich an Und dann bin ich die schönste Sommerfee in Franken Ja, das gönne ich dir Ade, bleib schön Mein Bitte Ich bin wohl Ich bin wohl Ich bin wohl Ich bin al in duda Ich bin�nsinnig Untertitelung des ZDF, 2020